hallo freunde willkommen zu einem neuen adventskanal video heute die 23 und erstmal richtig fett dankeschön für 300 abonnenten das ist heute früh habe ich gesehen dass es passiert ist und richtig nice hätte ich nicht gedacht dass dieses jahr noch passiert aber ich will gar nicht zu viel haben wir machen jetzt direkt mal auf die richtig bedanken durch mich dann nächste woche irgendwann in dem stream so schauen wir mal was das ist brauchen wir es mal zusammen also ich baue es da und zeich soll das freunde ist die kugel in der baby oder immer drin rum fährt würde ich jetzt mal behaupten wenn ich richtig cool morgen letztes türchen werden das morgen ziemlich früh machen und dann ja wie gesagt noch mal danke für 300 und dann bis morgen